Ich kann direkt den Team mitnehmen, ich kann den Team mitnehmen. Ja, mach. Ah, die haben einen EP, ne? Ja. Elbeck. Nein, du musst halt die ganze Zeit der Monster grab. Bleib, mach, bleib. Komm, bis noch einer kommt. Die können ja noch keinen Base... Stark. Doch, jetzt gleich. Egal, was sind das für Hits? Clip! You can't take it back, no. I've got so much left to say, I'll take my words and walk away. Ich hab zwei... Wie heißt der eigentlich? Nummer aus der Ritt ist wieder 25, bitte danke. Wie heißt der eigentlich? Immer noch. Not really sure, but my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Sonst, du musst... Schön. Wann hast du? Zwei... Elektro? Äh, Elektro? Äh, drei. Drei. Schön. Wann hast du? Ja. 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 Vist du? Reality Twisted 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 Ja, was soll ich machen? Mich juckt es nicht. Nein, Spaß. Beide down. Oder? Hä, der ist 1Hat. Oder? Mogen down, glaube ich. Der andere ist 1Hat. Maxi hat alles sehr freundlich wie ein Hack. Ja, sag ich schon die ganze Zeit. Alter, die hab ich nie überlebt. Komm, das wär irgendwo die Welt. Oh, mein Zahn. Ist hier irgendwo einer? Wo sind die, Alter? Einer hab ich down. Einer ist down. Der Ball ist low. Hab 2. Oder da hat er einer überlebt. Hey, wie weit ist der denn weggeflogen? Also der ist... der daneben ist low. Ab 1. Ich weiß nicht, war der Ball? Also wenn er nicht gedrofft hat, war der Ball. Also wenn er nicht gedrofft hat, war der Ball. Eine freundliche Biene war das nicht. Doch. Der ist so weit weggeflogen, der war die ohne. Die ohne komplett breit schwitzen. Mh, ist noch mehr auf 1Stack? Nee. Aber ich bin auf 2. Also ich mein von uns auch. Von hier oben zu spammen ist echt klein. Ich muss irgendwo anders hin. Baut mal gleich Sideways oder so. Oh, erst mal low P-Weg, oder? Damit ich in die 1Stack gucke. Ja. Das auch. Die pushen dann schon wieder hoch. Jetzt solltet ihr jetzt... Soll ich low P-Weg runter? ...schnell 1Stack abbauen und nur low P-Weg. 1.30 können die low P-Weg, das sollte die 1Stack... Ah, 1.30, okay. In 1.30, ja. Ja, das ist ja. Ich guck mir zu dritt hoch. Oh, das ist echt schnell viel weg. Was darf denn mit ihm an, wenn ich dritt hochgehen kann? Ja, das bin ich. Das ist aber... Wenn du von... Wenn du von dir aus wegbaust nicht raus, dann kannst du immer den 1Stack komplett breit bauen. Der eine leckt irgendwie, der hat gerade komplett stampelt gehört. Haben die einen 2nd Bogen? Nein. Mh, noch nicht. Du bist aussieht nicht. Bau weiter, bau weiter. Ich bin halt außen fast gefehlt, da hab ich dir was mit dem Unglück grad nicht mehr sprinten. Dann machen wir da auch eine NMG, oder? Die dürfen nur nicht hier drauflaufen, weil der ist direkt über der Vase, hab ich da angefangen. Aber das stimmt, ja. Das ist nicht so gut. Wenn die zu uns bauen, dann werden wir sie noch machen. Maxi, hast du Stick? Ich hab dir da unten eigentlich einen gedroppt, ich weiß nicht. Es sind 2 gegen 2. Wenn der jetzt nicht mehr da liegt. Nein, einer ist zurück. Dann geht's zurück, einer. Mhm. Der ist aber nicht... Naja, das ist keiner mehr. Jetzt, ja. Jetzt, ja. Pass auf, wenn der OP-Uhr heran war. Pass auf, wenn der OP-Uhr heran war. Ich sehe... Mach keine Mach-Uhr, das ist dumm. Gebt beide 1stack. Können die beide in der Base halten, hier rutsch. Pass auf, Femmes. Mhm. Ich hab genug Blocke. Soll ich auch 1stack in der Machine? Ich bleib noch mal auf hier, damit die zu dritten der Base bleiben. Ich bleib noch mal auf hier, damit die zu dritten der Base bleiben. Nein, zu zweit müssen sie. Die müssen zu zweit mehr Base bleiben. Ist hier irgendwo einer? Ähm, ne. Alles in Base. Alles in Base. Alles in Base. Alles in Base. Geht's jetzt die Höhe um in der IP hoch? Weiß ich nicht, ich sehe... Hier auf die nächsten Flickwo direkt drauf, offensiv. Komm's direkt auf die auf die nächste, bitte. Ich glaub der hat nichts, oder? Der hat auch keine, ne, ne. Sicher? Ja. Ich dürfte euch nicht werfen. Ja, der wird sonst zurück. Von hier wird er eh nicht werfen können. Ich kenn den, der hat schon... Der hat... Das ist der mit dem Nobback Gejuicer, ne? Nein, das ist gut. Es kann auch... Das ist wirklich... Nein. Es könnte eine... Er kann das wirklich. Er könnte sein Knock mal sehen. Ich glaub der eine in der Base hat vielleicht eine, oder zumindest einen MC. Junge, ich hasse die Leute mit Sticks spielen. Auf dem 1st. Alles gut. Alles in Base. Alles in Base. Alles in Base. Alles in Base. Soll ich chest looten? Ja mach ich. Ey, das war so knapp. Ich schwöre. Ey, was schreckt jetzt die Punkte lassen? Was denn? Was denn? Was denn? Die sind nicht immer wenn wir direkt laufen. Ey, sorry, ich konnte nicht schneller. Weil ich hab mal... Ein Junge. Genau da... einfach den... Geflöder hast du ja schonblooten. Schöder hast du dir auch schon weg rum. Gerade. Ich hab hier ja gar nicht mehr gesehen. Hab ich das gehabt. Ey, ich kann direkt 1-T mitnehm inte. Ja, mach. Am ACAD. ja was sind das für hits ich mache ich hier ich bin auf zwei ich darf noch nicht hoch kommen ich bin ja ich konnte nicht weiterhör ich war auf 130 ich weiß nicht welche Hörgung hätte er hier vorbei werfen können ich bin selber noch ein saschmann ich habe mir gedacht mach schnell wop oder gib mir zwei eisen wir sind doch zu zweifeln ne geh hoch komm vammes und die sind basic auch mal die dürfen wir bekommen der kommt nur mmbg-way aus hier 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 oh god das könnte kritisch werden ich fühl mich unfassbar ey die machen mmbg ne die können direkt mmbg machen wop dich mach die mmbg machen das bleibt locker wir holen uns jetzt das lecker elo wow pass auf ep hier vorne oh mein gott warum krieg ich kein hit mehr mit dem tt mmbg ich habe 0 ich verstehe nicht warum man gesagt das mit dem tt war mal richtig stark ich habe 0 davon gedacht ja natürlich haben komplett gepoppt jg ja pascal wir haben gerade eben die runde auch komplett geballert nur wir haben halt das war halt einfach das Spiel geflücht wir können theoretisch irgendwie weiter spielen weil zentz und gar nicht mehr oder Ich glaub nicht, wir müssen morgen wieder... Ne, warte, wir können... Das sind 2, oder? Wir können in 4 Minuten, in 4 Minuten... Ja, dann lass es rein, wirklich... Vor 4 Minuten mussten wir die Entscheidung haben. Lass doch jetzt rein, Jungs. 3... In 4 Minuten so rein, oder nicht rein? Rein in die Vanessa. Ah... Wollen wir jetzt rein? Ja, in die Vanessa, oder nicht? Ja, also, ja, jetzt rein, glaub ich, jetzt rein. Ja, kommt jetzt, kommt jetzt. Wollen wir jetzt rein, hä? Ich bin halt wieder gegen alle, das Gefühl. Ja, ist wirklich schön. Hab ein, hab zwei, hab der dritte, ist lo... Ah, hab zwei, hab die dritte, ist lo...